Jeremy, du machst ein bisschen eine andere Art von Content auf Instagram. Du erforscht so Luftschutzbunker, Höhlen. Vollkommen richtig. Ich bin so gesagt das Wiener Kellerkind. Das heißt, ich erforsche von Keller über Luftschutzbunker, über Bergwerke, eben alles, was sich halt irgendwie irgendwo unter der Erde versteckt. Sei das jetzt, dass ich zwänge mich wo rein, sei das ich gehe da rein spazieren, sei das, dass ich erforsche das und erkunde das. Da ist eigentlich von der Arbeitszeit alles dabei. Wie hat das angefangen? Also kann ich mir das so vorstellen, bist du schon als kleines Kind immer in Höhlen reingekrochen? Nein, nicht direkt. Als kleines Kind bin ich jetzt nicht in Höhlen reingekrochen, aber ich habe mich sehr für Kanaldeckel interessiert. Ich habe hier in der Lippe eine Narbe und die zeugt davon, dass ich halt gerne in Kanaldeckel reingeschaut habe und halt hier und da mal ausgerutscht bin. Eigentlich hat das angefangen vor knapp zwölf Jahren, da haben wir mit Lost Places begonnen. Bei diesen ganzen Lost Place-Touren, also wir waren in Italien, wir waren in Tschernobyl, wir waren in Belgien, wir haben wirklich wochenlange Touren hinter uns gehabt, hatten wir halt auch einmal den einen oder anderen Luftschutzbunker am Plan. Und dann dachte ich mir so, naja, Wien war im zweiten Weltkrieg eine wichtige Stadt. Was habe ich gemacht? Ich habe mich auf die Suche gemacht in Wien nach irgendwelchen Kellern und so schnell konnte ich gar nicht schauen, bin ich in einem riesengroßen Labyrinth gestanden. Das war jetzt so vor knapp vier, viereinhalb Jahren. Und so hat dann diese Leidenschaft bezüglich der Unterwelt eigentlich angefangen. Und Lost Places, was war das? Lost Places, ich würde mal sagen 0815, der Klassiker, irgendein Verlassen, das Haus am Straßenrand, Krankenhäuser, Fabriken. Aber irgendwann ist das mir persönlich einfach so langweilig geworden, dass ich einfach was Neues wollte. Und dadurch, dass die Unterwelt so ein Kapitel in Österreich ist, irgendwie, der wird kaum Aufmerksamkeit geschenkt, bin ich dann irgendwann dort hängen geblieben. Du bist, wie du gerade gesagt hast, auch sehr viel in Wien unterwegs, aber auch sehr viel in anderen Bereichen von Österreich, in so Luftschutzbunkern, Höhlen. Wie findest du die? Das ist, glaube ich, einer der meistgestellten Fragen, wie ich die finde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, recherchieren. Ganz normal 0815 recherchieren, so wie es eigentlich jeder andere auch macht. Ich vergleiche halt sehr oft alte Karten mit neuen Karten. Somit weiß ich, aha, im zweiten Weltkrieg zum Beispiel war dort eine Kaserne oder eine Fabrik oder irgendwas anderes. Dann gehe ich dort einfach spazieren. Sprich, bei diesem Hobby, bei dieser Leidenschaft, ist man sehr viel draußen unterwegs. Und wenn ich dann vor Ort spazieren gehe, findest du halt irgendein Loch im Boden und dann musst du da halt auch noch hinein. Das ist halt der Nebeneffekt von der Sache. Du wirst halt jedes Mal sehr dreckig, aber das gehört dazu. Wie stellst du es sicher? Okay, weil ich kriege auf TikTok immer wieder so Videos von Animationen, wie halt animiert wird, dass irgendeine Person auch in so eine Höhle krabbelt und dann halt stecken bleibt und erledigt werden muss. Wie bleibst du sicher bei deinem Job? Ganz ehrlich, diese ganzen Videos, die man oft einmal auf TikTok in so einem Co. sieht. Du könntest jeden Tag über einen Zebra-Streifen gehen und irgendein Trottel könnte dich niederführen. Das heißt, man hat überall dieses Risiko, dass etwas passiert. Wenn man sich diese ganzen Videos anschaut, wo irgendwelche Typen in der Höhle stecken bleiben, die klettern auch teilweise kopfüber, bergab irgendwelche Schächte, die immer kleiner werden. Das mache ich nicht. Das heißt, wenn ich mich wo rein robbe, wenn ich wo reinklettere, dann schaue ich mal erstens mal, hey, wie ist denn der Zustand von dem Bauwerk? Und Punkt Nummer zwei, traue ich mir das eigentlich zu? Das heißt, du sagst schon auch manchmal, hey, ich gehe nicht weiter, dass ich mir dazu will. Also wenn mein Körper mir selber sagt, hey, Alter, bleib stehen, dann gehe ich auch nicht weiter. Auch punkto, wenn du Koffe bekommst bezüglich Sauerstoff. Das heißt, ich versichere mich im Vorhinein, hey, wie weit kann ich denn gehen? Erstens mal vom Bauwerk aus und zweitens dann einmal, was traue ich mir eigentlich zu? Und somit durch diese Mischung weiß ich dann ganz genau, okay, da ist Ende oder ich mache das Ganze bei Bauwerk. Ist es schon mal passiert, dass du in so eine brenzlige Situation gekommen bist und ein bisschen Angst bekommen hast? Eine brenzlige Situation? Ich würde mal behaupten, ja, aber nicht, was mich selber betrifft. Ich hatte schon mal einen guten Freund, der hat sich in einem Bergwerk den Haxenbrochen, sprich der ist ein Drei-Meter-Leiter, die zusammengeknackt. Und er ist so blöd geflogen, dass ich wirklich das Schienbein, das Knie, irgendwas an sich gebrochen gehabt habe. Das war natürlich weniger schön. Wir hatten mal einmal den Fall, dass ein Kollege an 13-Meter-Schacht nach unten geflogen ist. Da dachte ich am Anfang auch, der ist hinig. Gott sei Dank hat er das überlebt, weil er den Helm umhatte. Aber ich selber muss echt zugeben, bis auf so leichte Panikattacken, die vielleicht einmal kommen, ist eigentlich bis jetzt alles easy ausgegangen. Okay. Du machst das ja so mehr als Zeit-Hustle bis jetzt. Du bist ja Vollzeit-Lockführer, glaube ich. Vollkommen richtig, ja. Ist der Plan, irgendwann einmal Vollzeit in Höhlen zu kriechen, in Luftschutzbunkern zu kriechen? In Höhlen zu kriechen, das klingt zu... Nein, ganz im Gegenteil. Ich sehe mich überhaupt nicht als Influencer. Ich bin einfach nur ein Mensch. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht. Das ist einfach meine Leidenschaft. Ich kann dabei authentisch sein. Ich muss mich nicht nach irgendwelchen Regeln richten, dass ich das so und so und so filmen muss, sondern ich gehe arbeiten, bin in meiner Arbeit mehr als glücklich, verdiene dort eigentlich gutes Geld und habe nebenbei mein Hobby, meine Leidenschaft, die ich eben auf TikTok, Insta und Co. zeige und womit dann die ganzen Leute folgen. Das heißt, ich habe da weder einen Druck dabei, noch muss ich Werbung machen, noch muss ich irgendwas machen. Das heißt, so wie ich bin oder so wie ich sein kann, so kann ich immer mal wieder sein. Das heißt, ich muss ehrlich zugeben, ich will es nie Vollzeit machen. Ich mache gern viel, auch sehr, sehr, sehr viel. Das ist kein Problem. Aber ich möchte nicht diesen innerlichen Druck haben, dass ich sage, hey, ich muss das jetzt machen und ich muss das machen. Nein, ich habe Spaß dabei. Das ist meine Leidenschaft. Ich kann es machen. Und wenn du es irgendwann nicht mehr machen willst, dann lass es sein. Genau. Ich habe oft einmal so Zeit, da denke ich mir, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock und dann mache ich wirklich ein halbes Jahr, ein halbes Jahr wollte ich sagen, dann mache ich wirklich so zwei, drei Wochen dann gar nichts. Ein halbes Jahr halte ich nicht aus, das gebe ich zu. Aber es gibt halt auch mal Zeiten. Im Winter zum Beispiel, wenn es draußen arschkalt ist, da will ich jetzt auch nicht jeden Tag unterwegs sein. Da ist dann halt drei Wochen mal Flaute. Bei mir ist der Vorteil, ich kann sehr viele alte Videos recyceln, weil du kannst einen Keller von vier Seiten zeigen. Einerseits war es ein Weinkeller, dann war es ein Luftschutzkeller, dann die Geschichte, deine persönlichen Geschichten. Das heißt, ich kann aus einem so einem Video verdammt viel rausholen und kann auch in kalten Monaten, zum Beispiel Flederwahrschutzzeit, da kann ich dann nicht in Höhlen oder in den Stollen hinein verwerte ich alte Videos. Okay. Was ist denn dein Lieblingskeller oder deine Lieblingshöhle? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen durchführen, wie das so ist. Mein Lieblingskeller. Ich würde sagen, einer meiner Lieblingskeller ist eigentlich der Keller, wo ich meine wundervolle Freunde gefunden habe. Österreich und Kellergeschichten, wir wissen es alle, ihr seid nicht gerade gut aufgestellt, aber auch ich habe meine Freundin jetzt nicht im Keller gefunden, aber ich bin immer durch den ersten Bezirk zu spaziert, habe dann nach einem Keller gesucht, wo ich Führungen machen kann. Ja, und meine Freundin, wo sie arbeitet, sie hat einen wundervollen Keller unten. Ich bin ins Geschäft rein, habe dann gefragt, hey, darf ich mal in den Keller schauen? Sie ist mitgekommen und so haben wir uns dann gefunden. Also ich glaube, die Geschichte dahinter macht den Keller für mich zu etwas ganz Besonderem. Und so ein zweites Bauwerk, wo ich mir jedes Mal das Neue denke, ist dort deppert, ist das geil, ist ein altes Kellerwirtzhaus in Wien, das in einen alten Friedhof hineingebaut wurde. Sprich, da, wo einst einmal die Toten gelegen sind, hat man einen Keller reingegraben. Das heißt, du stehst da unten in einen verlassenen Kellerwirtzhaus, schaust an die Wand und dich lachen dann halt noch die ganzen menschlichen Knochen an, die man damals dann nicht rausgeholt hat. Aber da könnte ich von Arbeitszeit so verdammt viel erzählen. Jedes Bauwerk ist so unterschiedlich, da wären wir übermorgen nicht fertig. Und in diese Bauwerke darf man einfach reingehen oder braucht man da eine Lizenz oder wie ist das die Regel? Es ist sehr oft eine Grauzone, wobei diese ganzen Keller in Wien, also mein Hauptthema, das ich habe, da kommst du ohne Genehmigung gar nicht hinein. Es gibt ja ein paar Tisten offen, aber die allermeisten Keller, das ist doch mit irgendwelchen Mietern, Geschäftsinhabern oder Eigentümern abgesprochen. Und das musst du dir so vorstellen, das sind Bauwerke, da kümmert sich absolut kein Schwein darum. Seit dem Zweiten Weltkrieg stehen die meistens leer. Warum Zweiter Weltkrieg? Ganz einfach, das war diese letzte große Umbaumaßnahme. Das heißt, da gibt es niemanden, der sich wirklich groß dafür interessiert. Ich frage dann einfach nach, hey, darf ich meinen Keller mal anschauen? Und sobald mir aufgesperrt wird, ist es ja nicht mehr illegal. Das heißt, ein paar Bauwerke, würde ich mal behaupten, ist eine Grauzone, weil es sind doch viele Bauwerke, die einfach mitten in der Bumper einfach liegen. Da ist ein Loch im Boden, da rupfst du hinein. Also, einigen wir uns mal auf die Grauzone. Letzte Frage, gibt es irgendwo in Österreich, in irgendeinem anderen Land, irgendeiner anderen Stadt, gibt es so einen Keller, eine Höhle, einen Untergrund, wo du sagst, da möchte ich irgendwann mal hin, da möchte ich mal rein? Also, wenn du mal eine Stadt gefunden hast, wo es keine Unterwelt gibt, dann zeig die mir bitte. Ich glaube, in jeder Stadt, in jedem Dorf gibt es irgendwas. Ich möchte unbedingt mal nach Odessa, weil wir alle kennen die Pariser Katakomben. In Wien haben die Katakomben ein paar hundert Meter. In Paris sind wir schon bei 300 Kilometer und in Odessa sind wir bei weit über 2000 Kilometer. Das heißt, du kannst dort einige Monate unten verbringen und bist wahrscheinlich lange noch nicht fertig. Momentan geht es natürlich nicht, aber irgendwann einmal möchte ich nach Odessa und da unten gute zwei Wochen leben. Sowas in die Richtung. Das ist schon ein kleiner Traum von mir. Okay, dann alles Gute für deinen Traum und Dankeschön. ARD Text im Auftrag von Funk